Wenn die Dunkelheit anbricht und sich die Nacht Hoheit über den Tag verschafft, dann beginnt die Zeit der Träume. Träume, große Träume, kleine Träume und alle ergreifen im Schlaf auf ihre Art einzigartig von uns Besitz. Lassen uns in eine Welt versinken, die sich nicht erklären lässt. Farbenfroh, spektakulär oder bodenständig in schwarz und weiß, vieles ist möglich, alles kann, nichts muss. Träum was Schönes. Musik 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 merch Musik 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 Träumen ist wie verreisen, allerdings ist das Reiseziel unbekannt. Musik 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 Amen. 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 und strandet im Nirgendwo. Gestehen Sie sich ein, zu träumen und geträumt zu haben, es tut nicht weh. Ihre Träume sind Ihr ganz persönliches Geheimnis und nur Sie entscheiden, was Sie davon berichten möchten. Manchmal hilft es auch, die Welt mit Kinderaugen zu sehen. Nicht alles, was wir im Leben erträumen nach Sinn, zumindest nicht auf den ersten Traum. Bedenken Sie, dass die Lebenszeit zum Träumen endlich ist. Nehmen Sie so viele Träume wie möglich mit. Träumen bedeutet Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020